Ja, liebe Ullte-Freunde, war es läuft aber im Bauhaus. Ich schlegle da mein Vassilja ab. Auf diesem Feld wird es im ersten Frühling Salmkartoffeln geben und geplant ist zu flügen. Ab 1. Dezember darf ich das Feld flügen, weil unten gegen den Bach, darunter ist schwere Erde, die bringt man im Frühling nicht mehr rein für Kartoffeln. Darum flüge ich das Feld. Darum flüge ich das Feld. Darum flüge ich das Feld. So, für 2,65 Hektar Abschlägel 24 Liter gebraucht. So, für 2,65 Hektar Abschlägel 24 Liter gebraucht